Also ich habe ein paar Gedanken sozusagen von der Klasse zusammengefasst, weil mich ein paar Kinder gebeten haben, dass ich auch ein bisschen was von denen erzähle und was die gedacht haben während der Zeit in der Klasse. Linus is going to say some of the things that the children in the class have told him that they would like people to know about their relationship to Vincent. Also ganz am Anfang hat Charlotte einen sehr schönen Satz gesagt und den hat sie aus einem Buch, sie hat zu der Zeit, wo Vincent gestorben ist, gerade den kleinen Prinzen gelesen und da war ein Satz drin, den ich ganz gerne vorlesen würde, weil der verbindet sie anscheinend jetzt immer sehr stark mit Vincent. Und der Satz lautete, der Fuchs sagte, und hier kommt mein Geheimnis, wir sehen mit dem Herzen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Charlotte said something in connection with Vincent right at the beginning. She said when Vincent died, she was reading The Little Prince and there was a part of it that she remembered very well and that was, I'll try and translate it. The Fox said, and here is my secret, we see with our heart and the most important thing, the most important thing you can't see with your eyes but your heart. Then wurden mir ein paar Zettel von der ganzen Klasse gegeben, wo halt einzelne Gedanken drauf standen. Vincent, Linus collected some slips of paper from his classmates where they just written down some of their thoughts and these are some of them. Alle Mitschüler haben auf dem Zettel erwähnt, dass Vincent immer sehr hilfsbereit war. All the kids in the class said that Vincent was always somebody that they could go to for help. Es wurde auch öfters erwähnt, dass es wurde auch öfters seine freundliche Ausstrahlung erwähnt. He was a very friendly person. Die Mädchen haben auch sehr oft geschrieben, dass er zwar nicht so viel Kontakt zu ihnen hatte, aber er trotzdem nett zu ihnen war. Und die Mädchen sagten, dass sie nicht so nah sind, aber er war immer sehr nett zu ihnen. Auf jeden Fall, seine Freunde wussten, dass und zwar hat Vincent wirklich jede Art von Grimassen gemeistert. Vincent could pull amazing faces. Ich glaube, wir sahen, eigentlich, ein Bild von seinem Vater pulling a face. So, ich glaube, wir haben... Oh, no. Quite amazing face. Okay, es ist still da. Vincent war für jeden Spaß zu haben. Vincent war für jeden Spaß zu haben. Und, uh, to finish, uh, Linus would like to say, quote, something that Sören said about Vincent. Um, he said, you're alive, Vincent, you're alive in our hearts. Okay. Okay.